Du kannst mich jetzt bei jedem Kauf kostenlos unterstützen, indem du den Starcode BANKS verwendest. Das wäre arschhafen geil! Und jetzt viel Spaß mit der Episode. Wir befinden uns in unserer steinalten, hornalten Mistfestung, die wir mal gebaut haben vor... Ey, das ist ohne, ich glaube, über ein Jahr her. Lass mal... Ey, wo ist denn deine Festung? Ist das diese Holzdinger da? Äh, das ist nicht Holz, das ist aus Ziegelstein. Ah, da! Statt, guck mal hier! So, bist du schräg? Nee, du musst nach links rennen. Ach doch, ach so, hä? Der hat übrigens die abnormalste Mega-Festung. Ich versuche, ich hoffe, dass ich hier eben durchkomme, ohne dass das Ding mich abschießt, Alter. Okay, das ist die Eros-Festung. Ziel der heutigen Folge ist es, in diese Monster-Base einzubrechen, die auszurauben, das... Ey, Ebro! Ey, ich wollte meine Base angreifen, weil ich nicht reinkomme. Wieso kommst du in deine eigene Base nicht rein? Keine Ahnung, gibt's da einen Teleport? Nein, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Äh, wir kriegen pro Minute Income. Ja, man kann außerdem auch immer andere... Oh nein, ich bin jetzt das Target und der läuft direkt zu mir. Du Schwein, Alter. Ja, ja, renn wir zurück in deine OP-Base. Besser ist das! Ich hab dich, aber... Nein, jetzt glaub ich... Als er mit einem HP überlebt hat, Alter, diese Sau, ey. Jetzt komm ich da nicht rein. Ja, wie Spaß, Evo, da kommt man nicht rein. Warte, ich belz mich durch die Metall-Festung hier an der Seite. Vielleicht geht das. Wir müssen uns bessere... Oh, das geht sogar voll klar, Alter. Ich bin fast durch schon. Alter. Er hat einfach absolut alles mit Pfeilen hier vollgezimmert, Alter, Evo. Ohne Witz, komm mal... Oh, ich raub ihn grad. Ah! Er startet, hört sich einschließen. Ne mehr. Ich hab ihn aber kurz ausgeraubt. Ich hab da seine... Wir müssen direkt wieder angreifen, Leute, bevor er das wieder aufbauen kann. Das war mega gut, was ich da gemacht hab. Wir müssen auf die zwei. Er ist unsterblich. Wieso? Nein, der hat den Baum-Modus eingestellt. Oh, ich war voll gut, Alter. Mann. Sobald er das deaktiviert, belz ich da wieder drauf. Übrigens, hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Zusammen mit Evo. Hi. Wir müssen warten. Sobald die Schilder weggehen, müssen wir drauf belzen. Füße an, Ben. Ne, kannst du nicht. Ist Protection-Modus. Ach, da geht's auch nicht. Ey, weil ich kaufe erst mal eine bessere Waffe. Ich hab voll viel Cash. Wie geht denn das? Ne, ich hab auch Kisten. Erstmal taktischer Rückzug. Erstmal Rückzug. Wir können nämlich... Leute, lasst ein Like da, wenn euch die Folge gefällt. Außerdem. Ganz, ganz wichtig. So, wir kriegen in 41 Sekunden 6000... Ah, wenn ich... Ah, das ist die Protection. Ich muss ja gerade erobert werden. Aber das macht ja keiner. Oh, hier wo, der rennt einer hinterher. Du musst aufpassen. Ich helfe dir. Ein, zwei, drei Hits. Ich hab mir Fails gegeben. Du hast nur eine Bratpfanne. Das ist die beste Waffe, die du hast. Ja. Hast du mich verarschen? Hey. Ich hab's nur keine Waffe. Das ist meine Waffe. Das ist die zweite Waffe, die man kaufen kann. Ja, aber die ist übel bad. Komm mal her, komm mal. Wir können jetzt bei ihm wieder rein. Naja, ich schieße. Ich kämpfe gerade in die... Oh, ich hab ihn. Ich hab ihn, Alter. Raid-Bonus. 4000 Ocken hab ich gekriegt. Perfekt. Okay, lass sie aufmachen. Hier ist offen. Aber er steht da. Ey, wo? Hab ich dich gekillt? Ne, seine Spikes haben mich gekillt. Seine Spikes. Aber du hast mir safe in den Rücken geschossen, Alter. Ja, okay. Wir haben hier Crates. Wir haben hier erstmal die Crates, Leute. Oh mein Gott, Alter. Hier, godly crate. Bitte. Jojojojo. Ne Distanzwaffe, MG, Laser, Heimer. Rot. Oh mein Gott, ich hab ne Godly-Waffe. Oh mein Gott. Rainbow Laser Gun. Wir equippen die Bude aber mal direkt. Oh mein Gott, Diego, Alter. Willst du ne Godly-Waffe mal sehen? Ja, ich komme. Ei, ich nehm sie. Willst du mal gucken, wie viel du aushältst damit? Okay. Ja, ja. Okay, okay, es reicht. Es reicht. Ich hab's verstanden. Ich hab langsam geschossen. Würde ich hier kurz mal erwähnen. Kann man sich irgendwie so... More Crates, ne, Bro? Kann man sich irgendwie jetzt hier so... Kann man sich so Kisten draußen bauen, damit man... Da ist ein Tresor, Alter. Da speichert er die wertvollen Sachen. Okay, da müssen wir rein. Begreifen haben. Aber ich muss ein bisschen mal die Reihenfolge ändern, damit ich das besser... Okay. Wir gehen rein. Hab ihn gekillt, 2000 for free. Huch. Sein Laser-Zaun hat mich getötet. Ja, man muss mega aufpassen. Hey, kann man das gar nicht kaputt machen? Ey! Sein Geschütz hat mich gekillt. Oh, Mann. Ich muss erst mal... Ich öffne erst mal alle Kisten, bevor wir uns da dieser Sache widmen. Open. Ne, legendary Kiste. Ey, es wäre eine Nahkampfwaffe gut. Da kriege ich die Wände schneller down. Warum kann sein Geschütz durch die Wand schießen? Ja, hab ich auch nicht verstanden. Fire Rare. Was ist das? The Just Unboxed Fire Trail. Ein Trail? Aha. Macht das dann Schaden oder ist das nur Design? Ich bin in seiner Base. Du musst nach oben. Da ist der Tresor. Oh, mein Gott. Ich kam da nicht hin. Aber hast du gesehen, Interesse? Du musst auf die andere Seite. Da habe ich direkt einen perfekten Weg rein. Aber da ist halt irgendwie so ein Geschütz... Ey, warte, warte, warte. Ich habe einen Tennis-Bootball-Shooter bekommen. Warte mal. Wir müssen in den Baumodus. Traps. Das ist ja wahrscheinlich eine Trap, oder? Ah, hier. Oh, mein Gott. Das ist eine... Ist oben das oder ist in der Mitte gewesen? Das ist eine legendäre Waffe, Evo. Nee. Ja, warte mal. Kann ich den hier drauf? Ja, hier. Meine Festung ist so ästlich, Alter. Das ist eine legendäre Waffe. Nice, Alter. Ich muss erst mal alle Kisten öffnen, bevor ich da zu Hilfe komme. Chill mal ganz kurz. Oh, mein Gott. Der schießt. Das ist eine legendäre Waffe. Die muss... Die greift mich an, Evo. Die greift mich an. Die greift mich an. Oh, nein. Ja, ich öffne gerade eine Kiste. Kannst du mal zugehen? Ah. Ein Bogen. Nee, der ist schlechter. Ich habe mich viel besser gemacht. Du wolltest Stress, ne? Komm her, Alter. Da hin ist er. Du hast echt gequittet. Aber wir haben noch einen Gegner. Nee, wir haben noch zwei Gegner. Der eine wird auch gerade angegriffen, nämlich. Oh, der eine hat einen Raid. Ich laufe zu ihm. Dann kriege ich den Preis. Oh, noch vier Sekunden. Verdammt, ich habe es gespielt gesehen. Ja, das schafft man nicht mehr. Potato Meno. Aber der Potato greift auch gerade den hier an. Da mische ich mich mal ein. Da. Kill, 2000 Ocken. Nice, wir können jetzt eine Zentrale. Oh nein, hier sind irgendwelche Geschütze. Hier, Anna ist kaputt. Ist das kaputt? Ich glaube, nee. Mir geht das nicht kaputt. Da oben ist das Geschütze. Jetzt traf ich das überhaupt erst mal. Ich habe jetzt mir eine bessere Waffe mal geholfen. Nice. Hier oben ist ein Geschütze. Das muss man kaputt kriegen. Was ist das? Ist das eine Kamera? Okay, das ist kaputt. Okay, Geschütze. Oh Gott, hinter uns. Was hast du? You got on by? Ballista. Ah, das ist dieses Ding, was er die ganze Zeit schießt. Ey, da ist ein neuer Gejoint mit einer Lego-Festung. Oh mein Gott. Ich mache, wenn ich auf dem Weg bin. Ey, wir müssen halt so diesen Tresor, ne? Das sind die wertvollen Dinger. Im Vergleich ist unsere Festung voll der Müll. Nein. Was habe ich überhaupt... Oh, Basebugs, ne? Was habe ich eigentlich für eine Nahkampfwaffe? Lass mich das mal kurz recherchieren. Mili. Hä? Ich kann auch... Nein! Hä, wo ist denn ein... Ich habe schon eine legendäre Nahkampfwaffe. Wir sind auf einer geheimen Mission. Ei, ei, ei. Was geht? Okay, mach weiter. Beschütze. Alles gut? Der ist nicht hier. Oh Gott, habe ich gerade Angst. Okay, weiter. Ey, wer wird an seine Tresors ran, Alter? Die sind ganz oben. Ich würde gerne, wenn man selbst das zubauen könnte. Oh mein Gott, Ben, Hilfe. Oh Gott, ich werde mir helfen. Hab eins. Nein, Dennis da. Nein. Schafft er es, das schnell zuzubauen? Oh, der schafft das Safe schnell zuzubauen. Nein, nur da pro nicht. Das war mega viel, Alter. Das schafft er never ever ever, oder? Rennen schnell hin. Warte, der rennt doch. Der baut es gar nicht zu. Das repariert sich von Saves. Ja, Safe. Nee, oder? Er ist gar nicht im Baumodus. Aber es ist repariert. Nee, es ist nicht. Es ist eine optische Täuschung. Es ist irgendwie noch da, aber auch nicht. Ah, der hat den einen Block hier. Das kommt man da nicht mehr hoch. Ah, ich bin hochgebracht. Ah, ist auch nice. Nein. Der kämmt hier. Oh nein, ich habe dich mitgekillt. Oh, verdammt. Ich habe dich mitgekillt. Egal, fast. Egal, egal, so lange du ihn bekommst. Ich bin auf dem Weg. Er kann ja nicht unendlich die Geld haben. Er kann ja nicht die ganze Zeit. Wir müssen die Base schaffen. Ich habe seine Hauptgeschütze weg. Oh, perfekt. Er muss auch schon weg. Der kämmt hier. Oh nein. Oh, da sind nochmal zwei fette Hauptgeschütze. Aber wir sind weit. Wir sind weit. Okay. Ist ja so nice. Der hat da sechs Tresorräume, Alter. Oh mein Gott. Wir werden absolut abcashen. Du musst immer da weiter nerven an der Stelle. 2000 geschenkte Moneten. Gegen den Hut nehmen wir natürlich gerne mit. Er kommt jetzt 1 HP noch. Oh, um 2000. Oh nein. Oh ja, Ball ist da. Oh ja. Hey, hier drin. Hier hinten. War ja zugebaut. Der kann unmöglich alles zugebaut haben. Er hat ja alles zugebaut, oder wie? Ja, hier ist aber ein Weg nach innen. Von der Seite. Ja, wir müssen ja nach oben. Aber das ist eh oben jetzt. Oh, das ist gut. Oh mein Gott. Er ist hier vorne. Ich muss nachladen. Er ist low, aber du machst ihn. Ich hab ihn nicht. Nein, du musst nach oben. Geschütze. Zwei hab ich. Wie viel Kohle hat denn der, ey? Dass der immer die Geschütze nachbauen kann. So ein Geschütze ist wirklich teuer. Ohne witzig. Das kannst du nicht einfach so bauen. Oh. Der ist mir die Axt reingerahnt. Das war nicht mit Absicht. Oh Gott. Das hat der für eine kranke Base ja auch schon wieder, Alter. Kommt der? Was bist du? Ah, ah. Oh. Okay, ich mach hier. Ich mach auf taktisch, Leute. Ah, okay, okay. Ich hab die Person gekillt, dem die Base gehört. Hey, Bro! Hey, ich hab dich gar nicht angeschossen. Ach nee, Laserfans. Ah, der Laserding hat mich gekillt. Ich wollte das Laserfans. Soll ich's wegmachen. Oh, der ist da ganz oben. Ah, nein. Er hat nur die Pistole. Alles gut. You are moving up to Global Leaderboard, Alter. Hä? Kammer hat ne Meldung bei mir. Oh mein Gott. Global Leaderboard, der krasseste Boss. Also machen wir hier mit Distanzwaffe, wenn wir aufs Meer sind. Ja. Bahn, Easy. Okay. Was passiert, wenn ich hier reingehe? Der hat mich gekillt, ey, mit seinen Thanos-Handschuhen, Alter. Uff, hat er geschrieben. Okay, okay. Warte, zwei Sekunden, eine Sekunde. Und ich hab's geradet. Ja, ich hab's. Nice, yo. Wir haben ihn geradet erfolgreich. Apropos geradet. Wir müssen hier nicht... Okay, hier. Ist der irgendwo nach... Ah, hier. Oha, Alter. Ich hab 5 Kills 24 Stunden. Da muss ich ja irgendwo richtig Zeitung. Okay, so viel hab ich nicht. Total Cash Earned. Level Time Played Kills. Na, Kills bin ich halt jetzt auf dem Weg nach oben, ne? Kills 24 Stunden. 132. Ich hab jetzt locker 40 gemacht oder so. Okay, bauen wir unsere Base ein bisschen weiter, weil ich hab ja 3... Ich hab so viel Kohle jetzt grad verdient, weil ich aber so viel Kills gemacht hab. Hi. Grabst du meine Base an, Alter? Nein, nein, nein. Ich warte, bis der aufhört. So. Ganz gut. Äh, okay. Was können wir denn bauen? Müssen wir hier reingehen. Oh. Er hat aufgehört. Er ist nicht... Oh ja, ich seh's. Aber ich bin jetzt grad im Baum. Ich bin gerade beschäftigt. Was ist die heftigste Wand, die es gibt? Äh. Do I select to open and close? Large Castle Wall. Das ist die teuerste Wand, die es gibt, Leute. Ui. Oh, was hab ich jetzt gebaut? Oh mein Gott, Alter, ist die fett. Ich hab auch so einen Fehler gemacht. Oh nein, hey, wieso backen? Das ist so komisch. Egal, ich kann die verschieben, ist nicht so schlimm. Boah, ist aber auch heftig teuer, aber ich bin rich. Also gar kein Problem. Ich muss sagen, wir machen erstmal eine doppelt fette Wand hier außen. Easy. Aber ich muss halt irgendwie dafür sorgen, dass ich halt auch rauskomme aus meiner Base. Das ist eher das Problem. Ist also das gleiche Problem wie Ibu haben. Ja. Ich komm. Ich hab da jetzt ein Loch reingebohren. Einfach damit ich wieder rein und raus kann, ohne Probleme. Ähm, okay. Ja. Cancel. Sell. Das sellen wir, das sellen wir. Alles, was hier krumm und schief ist, Alter. Leute, das ist die heftigste Base, die es je gab. Okay. Wir machen jetzt. Wartet. Jetzt noch. Ich. Oh, 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 oh. Mein Geld ist alle. Oh, oh. Einfach alles ausgeben. Oh, du bist Ziel, Ero. Ja. Soll ich nicht mal schnell gehen? Das passt. Mach mal. So. Ja, okay, verdammt. Dann haben wir da verkauft mal hier. Das war sowieso nicht hier. Zack. Boom, 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 boom. So, jetzt sind wir wieder ein bisschen flüssig. Wie viel Geld habe ich jetzt wieder? 86.000, das ist ja gut. Jetzt brauchen wir einen Tor. Ja, wie sehe ich das damit? Platzieren wir hier. Ja, das ist top, top, top. Und da machen wir jetzt so eine Wand drauf. Geht das? Ich weiß genau, dass das geht. So, dann kann man halt drüber springen. Warte, bin ich das da? Ah, perfekt. Ja, ja, ja. Jawohl, Alter. Interact. Sehr schön. Und zu. Ja, Mann. Das ist richtig. Eine richtig nice Festung jetzt, Alter. Hier kommt keiner so schnell durch. Oh, da kommt einer am Rand. Oder bist du das? Da macht einer meine Base, Alter. Ist das sein Ernst? Ich komme halt nicht auf meine Mauer. Ich reich den an. Ich komme halt nicht auf meine Mauer. Oh Gott. Nein, der baut sich durch. Und ich habe ihn. Er ist echt durchgekommen. Meine Mauer scheint auch nicht so gut. Ich habe ihn gekillt, ich habe ihn gekillt. Nice, Evo. Komm mal rein zu dir. Er ist instant durchgekommen. Meine Mauer scheint doch nicht so gut. Ich bin ein Privat-Dob. Ich will ja Stress, wollen wir ihn angreifen? Ja. Let's go. Er hätte sich nicht mit uns anlegen sollen, Alter. Der hat ja auch oben Tresore. Attacke. Ah. Und jetzt? Nice. Leiter hoch. Keine Ahnung. Deko, glaube ich. Leiter hoch. Rennen, Mann. Das ist schon auch. Hä? Ist das fordung? Wer muss da? Oh Gott. Kommt da ran. Oh, bin rausgefallen. Oh nein. Ich habe ihn. Oh, ich muss wieder auf ihn rumrennen. Oh Gott. Ich war fast. Warte. Hä? Es geht, aber irgendwie auch nicht. Ja, Mann. Ich bin oben bei den Tresors. Oh. Nein. Er hat mich echt im letzten Moment gekillt. Ich hatte ihn, Alter. Es war so knapp. Ist geil, wie wir einfach nur mit Angst beschäftigt sind. Wir bauen einfach... Wie wäre es gar nicht weiter? Ah. Ich habe auch kein Geld mehr. Ich habe alles rausgegeben. Bist du bei einem Tresor? Ah, ich sehe dich. Komm, diese Treppe bin ich hoch. Ah, jetzt bin ich oben. Ich soll ein bisschen Damage machen, damit sich das nicht regeneriert. Ah, nein. Er hat mich. Sehen. Okay, ich bin hier hoch. Attacke. Boah, ich bin einmal über die ganzen Netze. Das ist sowas von One-Shot, Alter. Ich bin da oben jetzt. Ich bin da oben jetzt. Ich schieße auch mal seine Tresor rein. Hab ihn. Was mache ich jetzt an so einem Tresor? Weiß ich nicht. Ich muss es kaputt machen. Oh Gott, er ist ja gespawnt. Er hat halt nicht so viel Geld da drin, leider. Er hat mich abgeschutet mit der Shotgun. Hey, mich greift einer meiner Base an, Evo. Nein, ich komme. Hab ihn. Ach, weil ich geradet werde gerade. Hier sind zwei sogar. Hab beide. Hab beide. Meine Base wird hier nicht eingenommen. Das könnt ihr vergessen, Alter. Okay. Ich muss halt... Evo. Kann nicht mehr. Die haben... Der ist anstrengend, Ben. Der ist echt anstrengend. Ey, meine Base ist schon deutlich ver... Wartet mal, wir müssen mal kurz... Ich kann nicht in den Baum-Modus. Warte. Zwei, eins. Bam. Jawohl, Alter. Wir haben Bonus-Cash bekommen. Können wir jetzt in den Baum-Modus? Ah ja. So. Move. So, den stellen wir... Da hin an die Ecke. Schön zum Nachbarn hin. Zu dem Asshole. Kann ich da noch einen platzieren? Das wäre natürlich Bricke. Oh ja. So. Ah, jetzt haben wir nicht genug Geld. Okay, schade. Aber hier haben wir noch so ein fettes Geschütz. Haben wir mal das? Das machen wir auf jeden Fall auch hier hin. So. Jetzt haben wir schön oben diverse Geschütze. Das ist nice. Aber das ist halt ein legendäres. Aber das trifft einen ja so... Naja, du musst das halt so platzieren wahrscheinlich, dass das genau auf den Sensor schießt. Kann das sein? Das kann sein. Ja, ja. Das ist clever. So baut man den. Okay, habe ich. Geschütze sind auch safe. Haben wir noch ein bisschen was für die... Für die... Für die Mauern hier. Hier haben wir hier vier noch. Man braucht halt echt so Quinto-Mauern oder so. Ja. Halt so übel dicke Dinger. Das haben die halt auch. Na, mehr Geld haben wir erstmal nicht, Leute. Aber unsere Base ist auf jeden Fall ein bisschen besser geworden. Und wir haben so viel Kills gemacht und Stress bei den anderen. Das war nice. Das war es mit der Episode. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Unbedingt den Like-Button flanken und abonnieren. Und wenn ihr noch eine weitere Roblox-Episode sehen wollt, jetzt einfach auf die Mitte des Bildschirms drücken, um zum nächsten Video zu kommen. Da sehen wir uns dort. Haut rein, euer Benson. Ciao. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020